Organische Stoffe, die nur aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, nennt man Kohlenwasserstoffe, aber jetzt gibt es in der organischen Chemie noch mehr Elemente, die mit dem Kohlenstoff Verbindungen eingehen können. Und wir wollen uns mal einen Überblick über einige wichtige und einige funktionelle Gruppen verschaffen. Funktionelle Gruppen, das müssen wir, denke ich, zunächst einmal definieren und deswegen schauen wir erst einmal auf eine Definition. Und da habe ich mal Folgendes notiert. Bei funktionellen Gruppen handelt es sich um Atome oder sogar ganze Atomgruppen, die die chemischen Eigenschaften eines Stoffes im Wesentlichen beeinflussen. Das heißt, es gibt zum Beispiel bestimmte chemische Reaktionen, die eingegangen werden oder die vollführt werden können, wenn eine bestimmte funktionelle Gruppe an zum Beispiel einem Kohlenstoffatom dranhängt. Also diese funktionelle Gruppe beeinflusst also die Reaktionen dieses Stoffes, wie es hier steht, im Wesentlichen. Und jetzt gibt es in der organischen Chemie einige funktionelle Gruppen und ich werde jetzt auch nur einige wichtige zeigen. Es gibt also noch weitere und je nachdem, in welchem Bereich man sich der Organik befindet, sind diese dann also wichtiger oder eben unwichtiger. Beginnen wir doch mal mit den Halogenen. Denn wenn wir von gesättigten Kohlenwasserstoffen ausgehen, zum Beispiel dem Methan, dann kann man da zum Beispiel ganz prima ein Halogen dranhängen. Zum Beispiel Chlor, das könnte aber auch Brom sein, oder auch Jod. Also alle Halogene würden theoretisch gehen. Und ihr seht hier jetzt immer bei den folgenden Folien auch immer den Namen dieser funktionellen Gruppe. In dem Fall sind das die Halogene oder hier Halogenen. Ihr kriegt auch das Aussehen notiert. In dem Fall ein R'X. R heißt dieser Rest hier mit dem Kohlenstoff und X steht für das Halogen. Also man kann sehen, die Bindung des Halogens soll hier an den Rest erfolgen, und zwar am Kohlenstoff. Und dann gibt es auch noch den Namen der Stoffklasse. Man nennt solche Stoffe wie hier das Chlormethan-Halogen-Wasserstoffe. Und dann bekommt ihr hier noch einen Hinweis geliefert, wie man jetzt den Stoff benennen würde. Das heißt, wenn hier statt des Chlors ein Wasserstoff dastehen würde, dann handelt es sich ja um ein Methan-Molekül. Und wenn wir jetzt einen Wasserstoff hier ersetzen durch einen Chloratom, dann heißt der Stoff Chlormethan. Das heißt, der Name des Halogens kommt vorne dran, Chlor, und der Name des Alkans, das hier eigentlich ursprünglich mal da war, wird dann hinten dran gefügt, in diesem Fall Methan. Also handelt es sich hier um ein Chlormethan-Molekül. So, dann gibt es die Hydroxyl-Gruppe, die wir hier unten schon in einem bestimmten Molekül sehen, nämlich im Ethanol. Schauen wir erst mal auf das Aussehen, und zwar handelt es sich hier um eine OH-Gruppe. Das heißt, hier kommt diese Definition auch gut zur Anwendung, die ich eben genannt habe, denn funktionelle Gruppen können Atome sein, wie hier, das Chlor, aber es können auch Atomgruppen sein, so wie es auch hier ist. OH sind zwei Atome, das heißt eine Atomgruppe, und der Sauerstoff geht in diesem Fall eine Verbindung mit dem organischen Rest hier ein, mit der Organylgruppe, so würde man das hier bezeichnen. Und wie heißen dann diese Stoffe, also diese Stoffklassen? Da gibt es jetzt zwei, die wir unterscheiden können, und zwar einmal die Alkohole und dann einmal die Phenole. Was die Phenole sind, schauen wir uns gleich an. Wir schauen uns erst einmal die Alkohole an, und diese bekommen dann, wenn man diesen Stoff benennen will, ein Suffix, nämlich die Endung OL. Suffix heißt, dass man etwas an den Stammnamen anhängt, in diesem Fall die Buchstaben O und L von Alkohol, das OL. So weiß man also, es handelt sich um ein Alkohol bei diesem Stoff. Und zwar seht ihr hier den gleichen Stoff zweimal. Das liegt daran, dass ich hier einmal die Hydroxylgruppe in Valenzstrich schreibweise einmal wiedergeben wollte, und hier gibt man die Verbindung zwischen O und H nicht mehr gesondert an, und auch die freien Elektronen des Sauerstoffs sind hier nicht zu sehen. Also es handelt sich in beiden Fällen um Ethanol. Und ihr könnt hier sehen, hier ist die OH-Gruppe, und dieser Sauerstoff hier hat sich mit dem Kohlenstoff verbunden. Und diese funktionelle Gruppe ist jetzt also eine Hydroxylgruppe, und deswegen handelt es sich hier bei diesem ganzen Molekül um einen Alkohol. Und deswegen kommt die Endung OL an den Namen dieses Stoffes hier, dieses eigentlichen Alkans. Und wenn wir uns mal kurz dieses OH wegdenken und hier nur ein H hinschreiben, dann handelt es sich ja hierbei um ein Ethan-Molekül. Und da wir jetzt OH dran gesetzt haben, ist das also ein Ethanol. OL an also den Namen des Alkans. Hier ist also die gleiche Struktur wiedergegeben, nur wie gesagt, OH wird hier zusammengeschrieben, die funktionelle Gruppe, und hier sieht man also auch, wie es sich räumlich verhalten würde. Jetzt haben wir auch schon eben festgehalten, es gibt auch die Phenole, und die Phenole sehen jetzt wie folgt aus. Sie haben hier nämlich einen zyklischen Kohlenwasserstoff hauptsächlich, und an diesen drangehängt befindet sich ein OH, und dieser zyklische Kohlenwasserstoff muss immer ein Aromat sein, das heißt über eine konjugierte Doppelbindung verfügen. Man könnte jetzt also hier eigentlich auch statt diesen konjugierten Doppelbindungen an diesen Positionen einen Kreis reinsetzen, und hier unten handelt es sich also um einen Aromaten, und drangehängt wird jetzt die Hydroxylgruppe, die OH-Gruppe. Einmal hier wieder in räumlicher Schreibweise mit den freien Elektronenpaaren am Sauerstoff, und hier einmal ohne freie Elektronenpaare, nur mit der OH-Gruppe. Und dieser Stoff heißt Phenol, und alle weiteren Stoffe, die hier ähnlich aussehen, werden dann also als Phenole bezeichnet, ausgehend von diesem Namen dieses Stoffes, den man hier sehen kann. Weiter geht es mit der Carbonylgruppe. Diese kann jetzt zu verschiedenen Stoffklassen führen, je nachdem, wo jetzt dieses Carbonyl angefügt ist. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit einer CHO-Gruppe, so wie wir das hier links sehen, CHO-Gruppe mit einem Rest, dann handelt es sich um ein Aldehyd, und beim Aldehyd kommt an den Stammnamen die Endung AL, und zwar eben abgeleitet von dem Wort Aldehyd, Al-Ethanal, also Ethan theoretisch, wenn wir vom Kohlenwasserstoff in gesättigter Form ausgehen, also vom Alkan ausgehen, wäre das hier ein Ethan-Molekül, aber wir sehen hier die Doppelbindung mit dem Sauerstoff und hier diesen Wasserstoff, und deswegen handelt es sich um ein Aldehyd, und somit um ein Ethanal-Molekül. Dann gibt es aber noch die Variante, dass hier diese Doppelbindung zum Sauerstoff in der Mitte eines Moleküls stattfindet, das heißt, es gibt hier nicht dieses CHO, sondern nur ein CO, und dann spricht man von einem Keton. Und hier ist die Endung ON, also die zweite Silbe von dem Wort der Stoffklasse, und demzufolge ist dieser Stoff hier ein Propan-2-ON. Das heißt, man sucht sich hier die längste Kette, beziehungsweise man bezeichnet diese Kette hier nach dem Alkan, drei C-Atome, das heißt Propan, und jetzt muss man noch die Stelle angeben, wo sich jetzt die Keto-Gruppe befindet, und zwar an zweiter Stelle, Propan-2-ON. Man könnte auch nur Propan-ON in diesem Fall sagen, weil die Keto-Gruppe an keiner anderen Position stehen kann. Würde sie nämlich hier vorne stehen, also diese Doppelbindung mit dem Sauerstoff, dann hätte man ja ein Aldehyd, denn ein Aldehyd hat sozusagen diese doppelte Bindung zum Sauerstoff am Anfang oder am Ende eines jeden Moleküls. Danach schauen wir uns jetzt die Carboxylgruppe an, das ist die Verbindung COOH, und man bezeichnet diese Stoffe als Carbonsäuren und deswegen hängt man auch an den Stammnamen dem Begriff Säure. Das heißt, wir haben hier auch wieder COOH und es handelt sich in diesem Fall also um die Ethansäure. Zwei C-Atome, der Name des Alkans lautet also Ethan und diese funktionelle Gruppe, diese gesamte hier gibt dann also den Endnamen Ethansäure. Dann gibt es noch die Amino-Gruppe, die ich erwähnen möchte. In diesem Fall ist Stickstoff beteiligt bei der funktionellen Gruppe und zwar lautet die funktionelle Gruppe NH2 und das Stickstoffatom ist verknüpft jetzt mit dem Kohlenstoff und die Bezeichnung dieser Stoffklasse lautet Amide und man hängt an den Stammnamen jetzt Amin dran. Allerdings ist es jetzt noch eine kleine Besonderheit, wenn wir uns diesen Stoff nämlich anschauen, dann ist das nicht Methanamin, sondern man macht aus dem Namen des Alkans die Endung weg, also das An streicht man weg und hängt Öl an, YL, sodass aus Methan Methyl wird und dann hängt man den Namen Amin an, um diese NH2-Gruppe anzugeben. Das heißt, dieser Stoff hier heißt Methylamin und demzufolge wäre jetzt hier noch ein weiteres C-Atom, wäre es Ethylamin, also aus dem An wird ein Yl. Dann gibt es auch noch die Ether-Gruppe und zwar handelt es sich um einen Sauerstoff, das im Grunde zwei Organylgruppen miteinander verbindet. Das heißt, es gibt jetzt keine fortlaufende C-Kette, also keine fortlaufende Kohlenstoffkette, denn diese ist ja, wie wir hier sehen können, durch einen Sauerstoff getrennt. Diese Stoffgruppe heißt Ether und das Suffix an dem Namen ist ebenfalls Ether. Und wenn man jetzt diesen Stoff hier benennen möchte, dann geht man wie folgt vor, man schaut sich an, welche Alkylgruppe hat man auf der einen Seite vom Sauerstoff und welche auf der anderen. In diesem Fall hat man hier einen Methylrest und hier einen Methylrest und dann heißt dieser Ether also die Methylether, die, weil man eben zweimal einen Methylrest hat. Wäre jetzt hier zum Beispiel ein Ethylrest, dann würde dieser Ether Ethylmethylether heißen. Und zu guter Letzt will ich noch auf die Ether-Gruppe eingehen. Diese sieht so aus, man hat einen Organylrest, dann hat man die COO-Gruppe und dann hat man einen zweiten Organylrest. Und die Bezeichnung der Stoffklasse ist Ether und das Suffix, das variiert hier und demzufolge kann ich hier nicht ein Suffix für alle Verbindungen angeben, aber in diesem Fall, für unser Beispiel, ist es das Wort Ether. Es gibt aber noch eben O-Art zum Beispiel als Endung. So, wie würde man hier bei der Benennung in diesem Fall vorgehen? Man würde jetzt hier erst einmal schauen, liegt hier ein Ether vor, klar, sonst würde ich dieses Beispiel hier nicht nehmen, also hier dieses O, hier nochmal ein weiteres O, und wenn wir mal diesen Teil hier rechts erstmal ausblenden, dann erinnert uns dieser Teil hier links eigentlich an die Ethansäure. So, zur Erinnerung, die funktionelle Gruppe lautete COOH und dieses letzte H ist jetzt durch eine Organylgruppe ersetzt. Und beim Namen ist es jetzt so, man schaut sich also diesen Teil hier zunächst an und würde sagen, okay, das ist doch eigentlich die Ethansäure und jetzt ist aber hier dieses eine Wasserstoff ersetzt worden durch eine Organylgruppe und dann guckt man sich an, ja, welche Gruppe ist das? und das ist in dem Fall eine Ethylgruppe. Klar, zwei Kohlenstoffatome, also ein Ethan und als Anhängsel hier, als Organylgruppe ist es also Ethyl und demzufolge lautet dieser Stoff Ethansäure Ethylester. Erster Name der Säure, dann der Name dieses Substituenten hier plus die Bezeichnung Ester und dann hat man diesen Stoff hier. Und es gibt noch einen Alternativnamen, der sehr geläufig ist für diesen Stoff, nämlich Essigsäure Ethylester, denn Ethansäure wird auch gerne als Essigsäure bezeichnet. Deswegen findet man also auch sehr häufig für diesen Stoff die Bezeichnung Essigsäure Ethylester. Gut, damit haben wir uns jetzt einen Überblick verschafft über einige wichtige funktionelle Gruppen und in diesem Video haben wir schon etwas Nomenklatur betrieben und ich will, was die Nomenklatur bei Alkanen betrifft, auch noch ein eigenes Video machen und das ist dann der nächste Teil in dieser Videoreihe zur organischen Chemie und zum nächsten Video gelangt ihr ganz einfach, indem ihr unten in die Beschreibung schaut. Dort ist nämlich der Link zum nächsten Video angefügt beziehungsweise eingefügt. gradigt. Untertitelung des ZDF, 2020